So, ich glaube es geht jetzt ins große Finale. Aurora, das verbannte Kind. Seit langem teilen diese Schicksale du und ich. Verstoßen wurden wir, wandeln unter Geheimen und Schwachen, weshalb deine törichte Mutter Lemuria verließ, frage ich mich. Mörder. Ha! Die große Zivilisation wir sind. Stammen ab von Kinbel beim Weisen. Du bist Erin, das erborene Kind. Eroberes Kind, äh? Ah, okay. Wir Entdecker erhobten die Welt, lasst sie uns preisen. Prinzessin, willkommen daheim, Erbe auf dem Thron. Prinzessin, Unsinn, ich bin nur Aurora, lasst euren Hohn. Der Stein hier, der Stein ist hier zu Staub zerfallen, verweist die alte Hallen. Was einst mal war, ist lange tot, das Land ist tief gefallen. Die Lemurianer leben noch, trotz all ihrer Mühen. Bis du es fortbauen, wirst neu auf und lassen es erblühen. Überlassen willst du dieses Land gegen meinen Pöbel? Wir kämpfen hier Hand in Hand und gegen der Bürger übel. Für die Katiga. Für die Aes... Oh Gott. Aristostati, DiCapili, für Jansi Lemuria. Gemeinsam kämpfen wir, haha. Ich vollbringe, was Mutter nicht gelang. Und beendere eure Heresie. Dieses Land ist mir untertan. Freiheit gewährte ich ihm nie. In Austria entgegen, doch jetzt ist das Letzte von Ehring fallen. Ja, nice. Hätte ich jetzt auch irgendwie zu einem coolen Ding, so eine riesige Finger oder so? Oh, schau. Okay, diese kleinen Flattermänner sind stark, aber ich hab keinen Plan, was ich jetzt gegen diese Biester machen muss. Auf jeden Fall die kleinen Dinger erstmal angreifen. So, und du verpasst erstmal allen Hieb, Aurora. Hoffentlich klappt das. Okay, das ist nur unterbrochen. Kontert magischen Angriff, okay. Okay. Ah, zurückgesetzt, okay. Oh mein Gott, jetzt ist hier so ein Monsterkampf. Das wohl das Finale ist? Man weiß es nicht. Okay, ähm... Was mache ich denn gegen hier die Biester? Der Litz ist auf jeden Fall nicht effektiv, obwohl vielleicht Feuer effektiv ist oder Wasser. Lass mir die kleinen Grützel kaputt hauen. So, Aurora, du bist bestimmt Sternenlicht für alle, das ist bestimmt gut. Ja, und? Nee, also das auch nicht, aber Kontert magisch in Angriff. Alle verwundbar durch Licht, alles klar. Ist eigentlich logisch, ist ja der Final Kampf hier. Schadenssteigerung. Du hast zu schweigen, Vogel. Oh, oh. Oh, oh. Okay, Finn, wir müssen jetzt was tun, aber ich weiß nicht was. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Trank setze, dann kann es sein, dass das zu spät ist. Oh, oh. Ich weiß es nicht. Ah, ich weiß das nicht. Ich weiß es nicht. Also greift mir hier an. Auf jeden Fall der böse Flatterer. Oh, gut. Gut, gut, gut. Oh nein. Finn. Nochmal Stärke steigern. Okay, dann müssen wir jetzt hier nochmal Sternenlicht gegen alle. Der kleine Flatterer greift zuerst an. Und dann werden wir Finn jetzt, glaube ich, erstmal austauschen. Ohne, dass es bös gemeint ist. Für Rubella. Weil Rubella kann nämlich, muss Aurora heilen, aber erstmal müssen wir handeln und Schutz vor Leid. Oh Gott, wer weiß, was die alles noch so vorhaben hier, die Missgieste. Oh, die meinen uns ja zu verlangsamen oder sowas. Simon, er hat Schaden getrunken. Oh. Au. Alter. Seid ihr denn behindert hier oder was? Ist ihr ein Vogel? Oh, ähm. Rubella, du musst dich heilen, aber ganz schnell. So, warum sterben die jetzt nicht einfach mal? Können nicht die kleinen Bieser jetzt zumindest schon mal sterben? Oh nein, Aurora, 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 Aurora. Ich muss überleben, oh nein. 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 Okay. Okay, Rubella handeln sie und zwar wiederbeleben Aurora, los. So ja nicht hier. So ja nicht. Aber jetzt machen die wieder alle so viel Schaden. Vor allen Dingen, da sind drei und ich bin ja nur zu zweit in dem Fall. Jetzt kloppen sie alle auf Rubella ein, sag mal. Und das ist uns eigentlich klar. Oh ne, jetzt habe ich mich gerade hart. Aber gut. Rubella kann sich schnell heilen. Aber sie sind unsere, eine der Chancen. Okay, du, was, kann man, kann man versuchen, einen Sternenschlag zu machen? Schaffen wir nicht, schaffen wir nicht. Scheiße. Rubella ist schon wieder besiegt. Äh, Aurora, ja super. Und jetzt kommt der Roll. Nein, 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 nein. Was ein Kack. Was ein Kack hier. Echt jetzt. Mann, diese kleinen Liefer sind so schnell. Oh, jetzt machen sie noch. Nein, Rubella. Äh, wiederbeleben, wiederbeleben. Kuriert alles, das belebt einen Verbindenden. Wieder. So. Erstmal hier wieder Pulten sammeln, dass wir hier... Oh, Gott. Erstmal heilen, heilen, heilen. Boah, das ist echt nervig, ohne Spaß. So. Oh, Rubella, du musst jetzt ganz schnell erstmal dich selber heilen. Und du machst jetzt erstmal einen Sternenlichtschlag gegen alle. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir diese kleinen Bieste endlich kaputt gehen. Oh nein, die sind ja so viel schneller. Oh. Boah, was ist das für ein Scheißkampf, wie der mich aufregt. Gott sei Dank greift dieser riesige Vogel da noch nicht so extrem viel an. Aber ich hab echt hier die Faxen dicke. Das kann nicht wahr sein. So. Heil euch mal alle. Bitte. Super. Dann hauen wir die zwei kleinen Vögel auf jeden Fall jetzt schon mal... Die können doch jetzt einfach mal sterben, oder nicht? Oh. Alter. Das kann doch nicht wahr sein hier. Leckt mich am Arsch. Einmal bitte Aurora heilen. Ne, was hab ich gemacht? Nicht heilen für alle, einmal heilen. Dann Aurora bitte. Oh mein Gott. Können ich zumindest jetzt diese kleinen, blöden, blöden Plattrater endlich mal sterben? Das ist echt... Scharfe Krallen. Du musst eigentlich heilen, aber wir kommen nicht mehr dazu, weil du nicht genug Punkte hast. Ich raste aus. Trinke dann, wo ist das mit beidem? So, Aurora, du musst auch einen Trank nehmen. Und zwar auch, was beides wieder auffüllt. Für dich gilt dasselbe. Und das ist nervig, dass man sich danach nicht einfach verteidigen kann. Jetzt geht's wieder voll ins Gesicht. Volle Breitseite hier. Beute. Ja, genau. Wenn dieser Scheißdrache zwischendurch mal angreift, dann knallt's aber auch. Du musst dich schnell heilen, Rubella. Welcher Vogel ist denn das? Der hintere. Ich kann ihn nicht verlangsamen. Scheiße. Ach gut. Immerhin das. Können die jetzt nicht endlich mal Schwäche zeigen? Das ist das Scheißvögel. Und einfach sterben. Wie die es jedes Mal kontern hier. Oh Mann. Boah, ist das nervig. Ohne Scheiß. Okay, wir brauchen Robert. Weil Robert kann jetzt erstmal alle behindern. Dass die erstmal alle schön mühensammer werden. So ist gut. So, und du kannst jetzt schnell dich heilen. Bitte. So ist gut. Robert. Mit kleinen Flattern, da zeigen immer noch keine Schwäche. Doppeltreffer, das ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich denjenigen töte sofort. Komm schon. Nein. Aber der Vogel zeigt Schwäche. Das ist gut. Dann hau ihn kaputt. Rubella, hau ihn kaputt. Aber noch nicht ausreichend genug. Nicht ausreichend genug. Okay, Robert. Ja. Nein. Jetzt komm noch, dass es ein... Nein. Ach, Rubella, dir geht's wieder scheiße. Das ist doch kacke. Ich hab gedacht, die Dinger geben eigentlich auch Leben. Das ist doch nervig. Überrumpler alle. So, und du? Du musst wieder alle behindern. So, welcher Vogel greift hier zuerst an der? Den mache ich langsam. Gaubar. Der ist schon mal zurückgesetzt. Alter, die ist geil. Nein. Rubella, einmal bitte Heilung für alle. Mein Gott, was? Das wird ja auch schon wieder so ein Mörderkampf. Das ist echt, äh... Du musst jetzt wieder behindern erstmal alle. Komm, sag mir, dass wir das rechtzeitig schaffen. Das müssen wir rechtzeitig schaffen. Bitte, bitte, Robert. Los, 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 los. Ja, nice. Das heißt, wir haben alle Schreifflug nach hinten geschmissen. Oh, wir haben eine kleine Keratou besiegt. Die nächste zeigt Schwäche. Das ist gut. Dann gucken wir mal, dass wir mit, äh, wiederbeleben. Nee. Können wir jetzt nicht Aurora wiederbeleben? Das ist ja doof. Das hier ist scheiße. Äh, ja, ruhig mal alle überrumpeln. Und du... Okay. Okay, dann müssen wir bei dir jetzt einen Trank einsetzen, der dir auch beides wiedergibt. So, und ich hoffe, dass wir dann den Drachen gleich so besiegen können. Ähm, Pfeil auf dieses Vieh hier. Sehr gut. Das macht zwar nicht viel Schaden, aber... Aua. Das war nicht nett. Die sind schon wieder alle nicht mehr verlangsamt. Ist doch scheiße. Beide direkt unterbrochen. So, Rubella. Heilen. Robert. Oh Gott, ich muss da auch gleich die Fähigkeiten wieder aufladen. Ist ja echt... Anstrengend. Nein. Oh, das kann doch nicht sein. Inikulus, was bist du denn für ein Lappen, dass du nicht schneller handeln kannst? Ach, Gott. So, jetzt behindern alle. Damit dieser Scheißvogel hier keinen Quatsch macht. So, Trank einsetzen. Ach komm, was soll er geizt? Dreckt mal alles. Wies. So. Ja, Mann. Der ist besiegt. Jetzt haben wir nur noch die Große am Arsch. Der Schüttern ist bröd. Der Schüttern ist gut, oder was? Heilung. Gucken, ob wir hier einen Doppeltreffer vielleicht echt was mitreißen können. Oh, Mann. Was für ein Kampf. Nee. Also, das macht dem Vieh echt nicht mehr Schaden. Ich glaube, wir müssen jetzt doch wieder Aurora dazu behindern. Können wir nicht mehr. Warum gibt das eigentlich nur so Punkte? Sonst gab es doch auch noch andere Punkte. Na gut, dann machen wir... Dann wechseln wir wieder für Aurora. Die hat null Punkte. Aber ist kein Problem. Wir beleben sie jetzt einfach schnell wieder. mit Rubella. Mit Rubella. Und jetzt haben wir auch nur noch den einen. Nur noch die Böse hier als Gegner. Die greift Gott sei Dank nicht so oft an, dass wir da in Ruhe vor den Cover hauen können. Und gucken, was Sternenlicht für den Schaden kann. Müssen wir jetzt mal schauen. 304 macht Sternenlicht. Okay. Verrüstung. Wir müssen jetzt mal gucken, was der Lichtstrahl... 304 und dann Lichtstrahl. 275. Also macht das andere eindeutig mehr Schaden. Okay. Dann überrumpeln. Achso, die hat ja dieses unaufhaltsame das hat sie jetzt wieder erhöht. War es gerade wieder Rüstung? Also das heißt, wir sind mit dem Sternenlicht sind wir stärker dran. Was ich gut finde. Und langsam kriegen wir sie klein. Oder? Die zeigt doch Schwäche jetzt, wenn die so. Verwundbar durch Licht. Ah, das macht jetzt, weil sie gepanzert ist. Deswegen macht das jetzt weniger Schaden. Achso, das heißt, das andere könnte vielleicht doch stärker sein. Okay, du musst erst noch mal alle heilen. Autsch. Verteidigen. Warte, wie viel Rüstung willst du denn aufbauen? Bist du Savcorn wie von Pokémon oder was? Der hat sich auch immer unendlich tausendmal Härtener eingesetzt. So, dann Schaden erhöhen. Jetzt packen wir mal hier einen aus. Autsch. Rubella. Wir müssen einen Trank nehmen. Und zwar, was haben wir denn hier? Lebt ein Gefallen erhöhtes Tempo eines anvisierten Verbündeten. Erhöht den Schaden. Steigert die körperliche Verteidigung. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Must-Have für Aurora. Jetzt hat sie auch mal Rüstung. Ich mach jetzt erstmal einen einfachen Hieb, dass wir irgendwie zurück schlagen können. Stärksteigerung als Konterangriff ist natürlich auch super geil. Dann, machen wir nochmal weiter Heilung für alle. Sehr gut. Nein! Alter! Wenn ich sowas schon sehe, könnte ich kotzen. Nein! Jetzt ist wieder so ein kleiner nerviger Flatterer dabei. Das ist Ponne. Nö! Das möchte ich nicht. Dieser kleinen nervigen Flatterer. Okay, Aurora, du kannst dich glaube ich nur verteidigen, weil ich glaube nicht, dass du schneller bist als der kleine Flatterer. Nö! Das ist natürlich so, dass man dadurch auch komplett nach hinten wieder gepackt wird. Schaden erhöhen. Oder rumpeln. Vielleicht ein bisschen zu schneller. Nein! Oder falls haben? Gut, ich kann euch nicht nach hinten noch mal machen. Was ein Kampf, ey! Stärke erhöhen, das ist hier mal gut. Schadenssteigerung. Das ist nicht, dass das kleine Mistfee, dieser Mistwurm da jetzt hier, der wieder dazugekommen ist. Krank einsetzen. Und zwar der das Tempo erhöht. So, Rubella, Dummosez, äh, Sternlicht für alle. Oh, trotzdem schneller und hat einen unterbrochen. Wie nervig ist das? So, dann jetzt Sternlicht gegen alle und du machst nochmal eine Heilung für alle. Sehr gut. Alter, dieser kleine Vogel, der hält aber auch viel zu viel aus. Wieso sind die denn so viel schneller? Boah, das nervt mich. Das, ich bin echt genervt von diesem Kampf. Ach, nee. Boah, ich weiß nicht, Super Shopper sowieso nicht, rechtzeitig. Ich war so froh, dieses kleines Wichsvieh los zu sein, aber nein, es meint ja jetzt einfach wieder aufzutauchen. Ich, war eindeutig schnummer. Das ist ein Kampf. Der nimmt einfach keinen Ende und ich weiß nicht, wie lange ich hier stehen soll, wie lange ich das hier jetzt aufgenommen werden soll. Und wenn ihr jetzt hier tausendmal Rüstung setzt, können die ja schon ausrasten. Sternhieb für alle ins Gesicht. W, unterbrecht mich. Dann raste ich aus. für den kleinen Rüstung. Jetzt mach den kleinen Tod, Aurora. Mach kaputt. Nein, der hat ja viel zu viel Leben. Dieses kleine Wichsvieh meint er irgendwie tausend Leben zu haben hier. ist das nervig. Komm. Ach, das. Unerfreitsam. Okay. Auf das kleine Mistvieh hier. Komm. Ja, genau. Ich fliege einfach mal aus Inikulus-Dingens hier, weißt du. Kann ja nicht unterbrochen werden, aber wir können es zumindest ein wenig im Zaum halten. Das ist eigentlich ziemlich weit vorne, das ist gut. Also, wie viele Rüstung wollen die jetzt eigentlich nachsammeln? Und das können wir sowieso nicht, äh, ja, gut. Die können wir sowieso nicht unterbrechen. Und wir können hier jetzt einfach mal loslegen. Und zwar Sternenlicht, Kampf, ähm, einfach überrumpeln. dann können wir sowieso nicht tun, doch mit, aber wir könnten gleich mit Rubella Aurora vollpackt, äh, tanken mit Tänken. Oh ne, wir haben's geschafft! Wir habt's geschafft! Wir haben Umbra besiegt! Heißt das, das ist, wir haben's jetzt echt geschafft? Heißt das, ich habe das Spiel, ich wollte doch nur ein Heim, irgendwo, und sah es noch so klein. In dieser Welt, im Guten wie im Schlechten, leben wir zusammen, nicht allein. Wir haben's geschafft, glaub ich. Der Herzog ist tot, ach nein, die Fluten Wasser steigen, das Volk auf den fünf Hügeln schreit, das Ende ist schon, äh, prophezeit. Ich brauche Freiwillige, die mir folgen. Machst du Witze? Ich jeb, jas, der Vorteil ist auf deiner Seite, bei meiner Ehr voran ich schreite. Kopfüber stürzen wir uns hinein, genau so soll es sein. Folgt durch den Spiegel mir geschwind und rettet mein Volk vor Flut und Wind. Sechs schlug es am Ostersonntag. Verzweifelt blickten alle dreien, das Volk kauerte auf fünf Hügeln. Bald würden sie versunken sein. Als eisige Kälte empor schwappte, vermochte Hoffnung nicht mehr viel. Doch plötzlich war Aurora auferstanden, mit einer Schar Kreaturen sehr skurril. Schnurrstrasch teilte sich die Gruppe und nahezu im Sturm führte Aurora mit ihrer Truppe das Volk hinauf in der Burg Thun. Dort betraten sie einen leeren Saal an ihren Füßen floss Wasser entlang. Kein Ausweg führte aus dieser Falle, unvermeidlich schien ihr Untergang. Doch Aurora lächelte schämisch, erstaunend trat in aller Gesicht. Sie führte sie zu einem Spiegel und schritt Hinten hindurch voll zuversicht. Los los, entgleite sanft in tiefen Schlaf. Ja, wir sind am Ende von Child of Light. Ich bin schon ein wenig traurig, aber auch stolz auf mich. Ich habe es wirklich geschafft, das Spiel durchzuspielen. Ihr habt mich dabei begleitet, es hat mir super gefallen. Und wenn ihr auch nochmal ein tolles Rollenspiel findet und meint, das wäre was für Luina, dann schreibt mir das. Sowohl hier als auch bei Facebook, schreibt uns einfach mal. Und nun lassen wir uns einfach nur noch von dieser schönen Musik am Ende begleiten. Macht's gut, ich verabschiede mich schon mal von euch an dieser Stelle. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020